Mir ist auch eine Sache aufgefallen und zwar, natürlich ist der erste Passus sehr an die damalige Zeit auch angepasst und ich weiß auch, dass viele Lehrer in der heutigen Zeit das ebenso halten, dass sie halt eben sagen, ja sozusagen, ich habe gar keine Ahnung von Buddhismus. Also wenn jemand gefragt wird, selbst ein hoher Lehrender, dann sagt er, ich weiß nicht, also eigentlich habe ich davon wenig oder gar keine Ahnung. Also bist du dir sicher, dass du was von mir hören möchtest? Und wenn man dann Fehler sagt und Ja sagt, dann stellt man fest, dass das natürlich nur Höflichkeit war und dass die Person im Grunde genommen wirklich nicht nur ein Wandel des Lexikons für Sutrin oder für bestimmte Sachen ist, sondern wirklich unglaubliche Fähigkeiten entwickelt hat und wirklich aus reiner Höflichkeit sagt, naja, ich bin mir einfach nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, mich zu fragen. Bei uns intern ist das nochmal anders. Der Großmeister sagt ja selbst auch, du musst dir überlegen, ob du mich fragst, weil es könnten auch Antworten dabei sein, die dir eventuell nicht so gut schmecken, wie das, was du vielleicht erhoffst. Also in der Sanftheit vielleicht in einem bestimmten Grad und so weiter. Das mit dem Beiläufigen, ich muss wirklich sagen, eine meiner persönlichen Lieblingssutras ist ja die Vimalakirti-Sutra und Vimalakirti ist ja ein Laie und kein Mönch und egal, wo er geht, steht und sitzt, unterrichtet er die Menschen und er belästigt sogar die Menschen in Freudenhäusern und er geht in Kneipen. Also dieser Mann lehrt das Dharma überall. Also wir können uns einfach mal dieses Bild kurz vorstellen. Also ich sitze in der Kneipe und trinke hier in Ruhe mein Bier, dann kommt auf einmal ein Weißgewandeter zu mir und erklärt mir den Dharma, obwohl ich vielleicht eigentlich nur mit meinem Bier jetzt in dem Moment sprechen wollte. Aber der unterlässt keine Chance, beiläufig sozusagen auf dem Barhocker noch mit mir über das Dharma zu sprechen, um mich in jeder Lebenssituation daran zu erinnern, was wichtig ist. Und vielleicht, dass das Bier nicht ganz so wichtig ist und sogar in Bordelle geht er rein und scheut nicht davor zurück, die Menschen dort eben aufzuklären, dass zum Beispiel übermäßiger Sinnesgenuss ablenkend ist, aber nicht zur Erfüllung des Dharma führt in einem selbst. Und bei dieser Person ist es zum Beispiel so, dass er als Vimalakirti so tut, als ob er krank ist, damit er Besuch bekommt, damit er Leute unterrichten kann und die kommen alle. Und er liegt ja im Bett und die anderen sitzen sozusagen und sind ja damit höher gestellt. Also in dieser Sutra werden diese Regeln, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, ein wenig aufgeweicht, um halt eben eine grundsätzliche Belehrbarkeit im Grunde genommen aufzuzeigen. Also alle können zu jeder Zeit belehrt werden. Also ich kriege einen Krankenbesuch und es geht halt eben nicht um meine Krankheit, sondern tatsächlich um, wie es dort auch heißt, um die Krankheit aller Wesen, dass sie gar nicht das Dharma kennen und in ihrem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten zum Beispiel sind. Darf ich ganz kurz mal sagen oder darauf hinweisen, dass du mal bitte dann auf Upaya eingehst, weil das kennt vielleicht nicht jeder, was auch immer die Regel sozusagen oder die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt. Ja, das Wort Upaya aus dem Sanskrit bedeutet so viel wie geschickte Wahl bei der Mittel zur Befreiung. Klingt natürlich jetzt super lang. Die geschickte Wahl der Mittel zur Befreiung. Also was tue ich? Welche Kniffe und Tricks würden wir heute sagen? Eigentlich ist es Kniffe und Tricks, die wir anwenden, um jemanden mit dem Dharma vertrauter zu machen, beziehungsweise Analogien besonders leicht umsetzen zu können. Aber auch, dass zum Beispiel Aufgaben gegeben werden, die vollkommen unbedeutsam erscheinen oder vollkommen unnütz erscheinen. Und die dennoch einen konkreten Nutzen haben, indem sie die innere Haltung eines Menschen sehr stark verändern können und sehr oft eben auch tun. Und das ist ein sehr spezieller Passus. Und deshalb kann es wirklich auch sein, dass wir in einem solchen Falle, wenn wir jemandem begegnen, der wie wie Malakierte ihm wirklich jede Chance nutzt, dass diese Person ständig Upaya anwendet. Also ständig diese Tricks und Kniffe anwendet, nur um Menschen zu belehren, einmal hinter die eigenen Fassaden zu schauen und hinter die Masken zu schauen, hinter die Persona, wie es ja so schön heißt. Die ja nur eine eingebildete Maske ist, die wir nach außen tragen, die gar nicht existiert in dem eigentlichen Sinne, wie wir es verstehen. Ja, ein extrem wichtiger Punkt, der in vielen Sutren sehr große Bedeutung hat, Upaya. Ja. Und es ist eben nicht nur so, dass jahrelang Studierte zum Beispiel Upaya anwenden, die jetzt, was weiß ich, Professor und Doktor sind im Buddhismus, sondern dass viele, die über das Ufer, also auf das andere Ufer schon gewechselt sind, die aber als Äußeres vielleicht nicht immer als vollkommen Erwachte erkannt werden können, dass diese nahezu immer Upaya anwenden, ohne wirklich Preis zu geben, dass sie bereits, wie man im Buddhismus ja sagt, auf dem anderen Ufer angekommen sind. Und das ist halt eben auch so wertvoll, also dass es alles sehr, sehr menschlich ist und auch rüberkommt. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Ein krasses Beispiel ist mir noch eingefallen, als wir das gelesen haben. Es gibt in den Veden, gibt es ja in der Mahabharata die Bhagavad Gita und die Bhagavad Gita spielt auf nichts Geringerem als einem Schlachtfeld. Und wir sprechen also hier davon, dass Krishna, den großen Prinzen Arjuna, der in voller Rüstung mit Waffe im Anschlag auf dem Schlachtfeld ist, auf einem Streitwagen mit bespannten, wunderschönen Hengsten oder Stuten, also wo man sagen könnte, hier ist eigentlich alles da, was hier als No-Go ist, wird dort gebrochen und der Schüler Arjuna fragt halt eben seinen Wagenlenker Krishna, ja, was soll ich machen? Und der hält ihm eine unglaublich lange Lehrrede, ja, die über Stunden dauert und so lange geht die Schlacht halt eben nicht los, weil einer muss ja loslegen. Und das ist für mich halt eben auch wieder so, dass ich sage, aha, also es gibt auch Beispiele für diejenigen, die offen dafür sind, zu sehen. Es gibt immer Mittel und Möglichkeiten, jede dieser Regeln ein bisschen auszudehnen oder manchmal sogar zu kippen, wenn es jemandem wirklich weiterhilft. Und das muss ich eben in meinem Inneren, den Wunsch haben zu helfen und auf der anderen Seite muss ich auch den inneren Wunsch sehen, spüren können, wie auch immer, wie ich trainiert bin, um das wirklich wahrzunehmen. Und dann kann ich die Lehre verbreiten, aber vorher ist es im besten Falle ungünstig. Manchmal ist es tatsächlich auch Verschwendung für beide Seiten, denn machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt bereit bin, meine Zeit zu geben für jemanden, der nicht hören möchte, verschwende ich ja sowohl die Zeit der gegenüberliegenden Person als auch meine eigene. Und das ist halt eben ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich so großherzig sind und unsere eigene Zeit und die Zeit unserer Person gegenüber, die eben nicht hören möchte, respektvoll behandeln und dann halt eben vielleicht einfach nur einen guten Tag wünschen und auf ein nächstes Mal schauen, wo wir die Person begegnen, eine erneute Prüfung machen können. Ich bin ja ein großer Fan des Ausspruchs, meine liebste Person ist mein Schneider, der macht jedes Mal, wenn er mich trifft, nimmt er ein neues Maß und beurteilt mich nicht nach den Maßstäben, die er beim letzten Mal, als er mich getroffen hat, vorgefunden hat. Also mein Anzug sozusagen wird jeden Tag neu geschneidert. Und das ist eben auch die Haltung, die wir und die auch immer ich wieder bei Meistern auch gesehen habe, dass nicht einfach nur platt gesagt wird, ja, aber gestern warst du dumm. Heute unterrichte ich dich nicht. Sondern dass immer wieder gesagt wird, ja, okay, gestern warst du dumm. Das ist einfach so. Aber heute scheinst du ein bisschen offen zu sein. Na ja, dann versuchen wir es ein bisschen wenigstens. Das ist einfach so. Also. Vielen Dank.